hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge gravity rider ich will jetzt hier noch mal bei der solo kampagne hier fehlt mir zum beispiel noch das dritte ding und strecke abschließende siegel kirk vermeide felsen genau und dann lasst uns mal das hier starten jetzt bin ich schon vor dem und geschafft so dann will ich noch eine stufe weiter wenigstens und dann immer noch mal in die liga rein sammeln und sammeln so dass spielen das kann ich hier kann ich noch was upgraden also wie es aussieht nebula ausrüsten okay und ansonsten geht hier glaube ich nicht so geht es rein in den start besiege padme und mach ein backflip okay ein backflip und besiege padme machen wir doch okay das war der falsche falsche moment den backflip zu probieren alles klar so ich bin immer noch alter was ist da passiert holy shit ja klar hat mir ist natürlich dann weiter vor mir das akzeptiere ich nicht alter trotzdem noch funktioniert hat aber was müssen wir beachten noch mal neustart was mache ich falsch okay da macht er langsamer oh mein gott okay ich muss jetzt mal schauen ich muss jetzt erstmal herausfinden was ich hier vorne schon falsch mache wow wow oh mein gott alter das ist das ist das level ist diesmal gar nicht so einfach wow das hat gerade so funktioniert wow auch das hat gerade so funktioniert und hier muss ich wohl den backflip machen aber das war natürlich ähh oh hier haben wir doch four stats alles klar kann ich aber schließen also das ist das kann ich ja jetzt hier gar nicht auf mir sitzen lassen das muss ich noch mal machen okay jetzt weiß ich ja in etwa worauf ich achten muss tippen zum starten alles klar jetzt pat me bist du völlig kollege bitte 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 nein warum hat er es jetzt geschafft und ich nicht okay sah aber noch ganz gut aus am anfang also bitte bitte das kann noch also bitte bitte das kann noch Ich habe jetzt gerade ein klein wenig genervt, aber gut, aber jetzt komm, ja jetzt hat es gereicht von der Power her und jetzt hat es auch gereicht, jetzt kommt der Backflip und im Ziel. Und damit habe ich alle drei geschafft. Backflip, im Ziel, Padme besiegt. Ok. Jetzt schließen wir hier unten noch das Ding hier ab, den 1-8er Kampf. Na ok. Gut, dann gehen wir jetzt hier rein und machen wir nochmal zwei Online-Matches. Kann ich hier noch irgendwas machen. Und hier. So. Dann machen wir noch zwei Rennen. Dann schauen wir mal, was passiert. Aktuell noch alle gleich auf. Immer noch alle gleich auf. Ein heißer Zweikampf. Und da hat er sich hin, da hat er sich hin, fast hin, aber er hat es noch geschafft. Er hat es noch geschafft. Komm. Das kann nicht dein Ernst sein, dass ich jetzt wegen dieser Scheißstelle hinter hinter dem bin. Das gibt es doch nicht. Noch eine Runde. Das ist wirklich ein heißer Kampf. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Alter, das kann nicht wahr sein jetzt hier. Das gibt es nicht. Diese Stelle hat mich jetzt den zweiten Platz gekostet. Ich raste aus. Ich raste aus. Ich habe die ganze Zeit, am besten. Aber ich war sogar zwischendrin Platz 1. Ich war sogar zwischendrin Platz 1. Nein, 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 nein... Oh Peppa... Schul mal gehabt ich will zu machen weiter geht's noch ein rennen mir eigentlich jetzt hier eigentlich war komm eins geht noch auf geht's naja das ist ja das was ich vorhin gefahren bin jetzt muss ich aufpassen hier vor allem dass ich das hier packe nein scheiße alter das war jetzt total alter wie soll man das denn jetzt schaffen das gibt es doch nicht wie soll ich denn es schaffen okay mega ärgerlich wieder gott noch mal das ausgleich auf dieser strecke jetzt hier alter und dann wegen dem scheiß backflip mache ich noch einen fehler und verkacke auch den mann 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 wo sind andere trotzdem platz drei geworden wo sind andere geblieben mann 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 das geht so nicht das geht so nicht so nach anderen spielern ja ja alles gut schayam sri ram kronz und flash 28 also auf geht's 321 und dann lege ich mich auf die fraz das kann doch nicht wahr sein das kann doch nicht wahr sein das letzte oder was komm legt muss doch mal einer von euch sich auch mal hinflatschen hier kannst du nicht dass nur mir das passiert chargen oh nein oh god ja ist ja jetzt schön ich will jetzt hier keinen shooter als werbung mit drin haben so also das kann ich nicht auf mir sitzen lassen ich muss jetzt noch eine runde machen es tut mir leid leute ich wähle euch da ich weiß aber gegen joels nanai und zigi aber die haben halt auch keinen fehler gemacht ne die haben auch keinen fehler gemacht eben gerade ne unglaublich keinen fehler gemacht alle eng zusammen alle eng zusammen alle eng zusammen was ein enges match ich habe mich noch gefangen da fährt er auf der 1 da fährt er auf der 1 und da fährt er auf der 1 und da fährt er auf der 1 platz 1 jammer geil man soll aufhören wenn es am besten ist ich habe ein rennen gewonnen alter ist das geil ich habe ein rennen gewonnen zwei tagen 21 stunden große division ich habe ein rennen gewonnen freue ich mich riesig wenn es euch gefallen hat und ich das weiterspielen soll dann lasst mal ein like da schreibt was in kommentare abonniert den kanal und schalt das nächste mal wieder ein wenn es wieder heißt gravity rider mit mir dem herrn gleich macht's gut bis dann und tschüss